Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Far Crime, Faded Movie und hier machen wir jetzt ein bisschen kacke Scheiß. Aber leider nicht falsch gemacht, dafür jetzt nicht, möchte leider, muss jetzt leider hier den Granatwerfer fressen. Deswegen... Boah Ups Hi Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Smalltalk Ich habe keine andere Waffe, die mir ermöglicht so viele Tiger hier abzuhalten, das tut mir echt leid. Pass auf den Tiger auf! Oh mein Gott! Ich glaube, die kommen so schnell nicht wieder. Jetzt kann ich diese Camper zusammenflicken. Danke. Ohne dich wären wir jetzt alle Katzenfutter. Du bist eine Tiger. Was geht jetzt? Naja, das kommt schon wieder da. Geht die Tiger auf. Alright. Dann komme ich hier wieder weg. Nicht Tiger auf, aber nicht. Auch noch nicht. Noch nicht! Ich fall in den Reihen! Genau! Hilfe! Hilfe! Ja! Ja! Oh Gott! Ich werde dich unten drehen! Was zum Fick, Alter! Oh Gott! Hey! Stürt schon! Bei denen tut's mir jetzt allerdings nicht leid, dass ich das hier benutze! Wo ist denn der Typ hingeflogen? Sieht hier nicht grad ne Möglichkeit was aufzusammeln? Das ist schon gut Major Let's try it now Nein! Nein! Ahhhh Blabber Alter, wie ist es hier? Oh, ist also... Gerade läuft es ja 24 Stunden. Könnte ich einfach mal schauen. Ich bin gespannt, wie das alles laufen wird. Das meiste für die Handschuhe aufmachen. Ich denke, dass ich trotz aller... ...weil ich das schaffe. Auch Samstag wenigstens am Abend. Ich bin gespannt, wie ich das schaffe. Aber ich werde mir auf jeden Fall größte Mühe geben, ja? Dann sollten wir sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren. Möge Prager glücklich sie alle erneuten. Der Adler gräbt an! Der König will! Verbreitet euch und sucht! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Wir sind alle erneutig. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Harmonie. Auf Einfischung in offizielle Einsatz der Royal Army steht die Todesstrafe. Tja ja, es gibt mir halt die größte Mühle. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Harmonie. Die Patrouille in der Royal Army sind ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Führerkrankten. Gewähren sie in jeder Zeit Vorfahrt und vermeiden die plötzlichen Bewegungen zwischen mir. So, so. Du bist. Abgesetzt. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist gefördert. Es hat ihren enteren Kinenschlag in destruürdDay werden assigned. Und hier ist ein alteres你是 für Bern. Du bist. Nach außerhalb der Seite vorgeren. Du bist. Du bist. Nimm. Du bist. Dinosauriere Tum. Vori. Es, da, ständas Ist denn das so geil? Oh fuck Nein, nein Ich bin nix von dir Ist doch noch dauernd Scheiße Bin ich auf der falschen Seite oder was? Jetzt muss ich hier durch Wasser Jaaa Da vorne gibt es eine gute Da haben wir jetzt mit Elefanten Wir haben Elefanten gefangen, die Schweine Damit lasse ich euch nicht durch Das lasse ich euch nicht durchgehen Scheiße, ich hab die Sniper nicht mehr Das lasse ich euch trotzdem nicht durchgehen Oh, der Elefant spielt im Wasser Ich glaube, das ist dem sein Ich finde den Fall Oh 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 Ich befreie deinen Kollegen Oh 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 Es gibt überhaupt noch Tiere in der Welt, es gibt. Ich glaube es sind alle hier. Es sind viel zu viele Tiere im Dorf. Es fängt schon an zu stinken. Mhm, viel zu viele Tiere im Dorf. Ich gebe manchmal viel zu viele Tiere im Dorf. Ich werde mich jetzt kennen. Keine Ahnung. Es gibt so viele Tiere im Dorf, es fängt schon an zu stinken. Ja. Es gibt so viele Tiere im Dorf. Es gibt so viele Tiere im Dorf. Es gibt so viele Tiere im Dorf. Sie machen Dinge nicht, diese Tiere in klimaf Auld-B storm oluyor Supplieren. Es gibt auch viele Tiere im Dorf, wo die ein geschらい Barracks Franklin sagt sie. Schhh, das ist ein Sprecher. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Halt ihn, du! Oh! Oh, fast! Den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe den Elefanten befreit. B macht jetzt dem Elefanten was. Man lernt mich aber kennen doch. Meine Tochter, bitte! Wir haben sie! Ich brauche Hilfe! Ich kann helfen. Kyra, segne dich. Es muss schnell gehen. Die Royal Army kam ins Dorf und nahm die Mädchen mit. Auch meine Mina. Wir haben uns gewehrt, aber sie waren stärker. Wo bringen sie diese Mädchen hin? Ich weiß nicht. Ich kann dir auf der Karte... Okay. Mach dir keine Sorgen. Ich werde das schon machen. Mit deiner Schroflinte, sagtest du. Oh, das war doch. Ja. 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 Ich weiß, in welche Richtung sie sind, aber mit jeder Sekunde wird es schwerer, sie zu finden. Wir müssen los! Ich gehe. Du bleibst hier, falls jemand fliehen kann und zurückkommt. Danke. 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 Und für euch. Danke. Ja. Danke. Danke. Ja. Danke. 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 Wir gehen nur da hin und dann lasst du mich da ausgeladen. Okay, mein Freund. Was ist das mit der Tat? Da mache ich jetzt. Dankeschön, ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach so Ich sollte die alle mit der Schrotflinte töten Ach nur die Kommandanten Das war doch kein Kommandant Die Kommandanten werden doch Okay Okay Das ist auch keine Aufsicht. Hat er eigentlich Y gedrückt, damit er die... Also, das mache ich jetzt noch, auf jeden Fall. Was ist los? Oh ja! Vorwärts, Jungs! Aufwärts, Jungs! Patron, Hilfe! Der Sieg hört uns! Kommt da niemals wem! Nicht nachlassen! Seid ihr Soldaten oder Ziegenhörten? Geht hier! Geht hier! Geht hier, Junge! Wer bist du noch? Geht hier, Leute! Kommt da! Eilig! Mach mich fertig! Los! Pakt ihn! Granate raus! Ja! Hey! Du! Ja! Seid ihr wohl nicht! Seid ihr wohl nicht! Der kann da nicht ewig drin bleiben! Holt ihn! Headshot! Penner! In das Video! Ich habe das Gefühl, dass wir bald enden werden! In das Video! Das ist ein Video! Ich habe das Gefühl, dass wir bald enden! Ich habe das Gefühl, dass wir bald enden. Alles gut! Du bist! Du hast mich gerettet, Jungs! Danke! Nein, Gott! Nein, Gott! Das war doch ein schönes Ende, oder? Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich für die Zuschauer und wenn es euch gefallen hat, gebt mir darauf hin, oder es macht uns die Kritik. Bis zum nächsten Mal und tschau.